Der Römerbrief ist das sechste Buch des Neuen Testaments und der längste der 13 Paulusbriefe. Bibelgelehrte sind sich einig, dass es vom Apostel Paulus verfasst wurde, um zu erklären, dass die Erlösung durch das Evangelium Jesu Christi angeboten wird. Der Römerbrief wurde wahrscheinlich geschrieben, als Paulus im Haus des Gaius in Korinth weilte. Der Brief wurde wahrscheinlich von Paulus Amanuensis Tertius transkribiert und ist auf Ende 55 bis Anfang 57. Christus datiert. Bestehend aus 16 Kapiteln, Versionen mit nur den ersten 14 oder 15 Kapiteln verbreiteten sich früh. In einigen dieser Rezensionen fehlt jeglicher Bezug auf die ursprüngliche Zielgruppe der Christen in Rom, sodass sie sehr allgemeiner Natur sind. Zu anderen Textvarianten gehören Indizis, in denen Korinth ausdrücklich als Ort der Abfassung erwähnt und Phoebe, eine Diakonin der Kirche in Kentriai, als Botin genannt wird, die den Brief nach Rom brachte. Bevor er den Brief verfasste, hatte Paulus die Gebiete rund um das Ägäische Meer evangelisiert und wollte das Evangelium unbedingt weiter nach Spanien bringen, eine Reise, die es ihm ermöglichen würde, unterwegs Rom zu besuchen. Der Brief kann folglich als ein Dokument verstanden werden, das seine Gründe für die Reise darlegt und die Kirche in Rom auf seinen Besuch vorbereitet. Die Christen in Rom hatten sowohl einen jüdischen als auch einen nichtjüdischen Hintergrund und es ist möglich, dass die Kirche unter internen Konflikten zwischen diesen beiden Gruppen litt. Paulus, ein hellenistischer Jude und ehemaliger Pharisäer, verschiebt seine Argumentation, um sowohl das Publikum als auch die Kirche als ganz Sees anzusprechen. Da das Werkmaterial enthält, das sowohl für bestimmte Empfänger als auch für die allgemeine christliche Öffentlichkeit in Rom bestimmt ist, hatten Wissenschaftler Schwierigkeiten, es entweder als privaten Brief oder als öffentlichen Brief zu kategorisieren. Obwohl der Römerbrief manchmal als theologische Abhandlung angesehen wird, schweigt er zu vielen Themen, die Paulus an anderer Stelle anspricht, wird aber dennoch allgemein als wesentlich angesehen, insbesondere zu Rechtfertigung und Erlösung. Befürworter sowohl des Sola Fide als auch der römisch-katholischen Position der Notwendigkeit, sowohl des Glaubens als auch der Werke, finden im Römerbrief Unterstützung. Martin Luther fügte in seiner Bibelübersetzung kontrovers das Wort allein zu Römer 3, 28 hinzu, so dass es lautete, so glauben wir also, dass der Mensch gerechtfertigt ist, ohne die Werke des Gesetzes zu tun, allein durch den Glauben. Nach Meinung des jesuitischen Bibelwissenschaftlers Joseph Fitzmier überwältigt das Buch den Leser durch die Dichte und Erhabenheit des Themas, mit dem es sich befasst, dem Evangelium der Rechtfertigung und Erlösung von Juden und Griechen, gleichermaßen durch die Gnade Gottes, durch den Glauben an Jesus. Christus, der die Aufrichtigkeit und Liebe Gottes des Vaters offenbart. Der anglikanische Bischof N.T. Wright stellt fest, dass der Römerbrief weder eine systematische Theologie noch eine Zusammenfassung des Lebenswerks des Paulus ist, aber nach allgemeiner Meinung sein Meisterwerk. Er stellt die meisten seiner anderen Schriften in den Schatten, ein Alpengipfel, der über Hügel und Dörfer thront. Nicht alle Betrachter haben es im gleichen Licht oder aus dem gleichen Blickwinkel betrachtet und ihre Schnappschüsse und Gemälde davon unterscheiden sich manchmal erstaunlich stark. Nicht alle Kletterer haben die gleiche Route zu den steilen Seiten genommen und es herrscht häufig Meinungsverschiedenheit über den besten Zugang. Niemand zweifelt daran, dass wir es hier mit einem Werk von enormer Substanz zu tun haben, das eine gewaltige intellektuelle Herausforderung darstellt und gleichzeitig eine atemberaubende theologische und spirituelle Vision bietet. Der wissenschaftliche Konsens ist, dass Paulus den Brief an die Römer verfasst hat. C.E.B. Cranfield sagt in der Einleitung zu seinem Kommentar zum Römerbrief, Die Leugnung der Autorschaft des Paulus im Römerbrief durch solche Kritiker wird heute zu Recht auf einen Platz unter den Kuriositäten der neutestamentlichen Wissenschaft verwiesen. Heute bestreitet keine seriöse Kritik seinen paulinischen Ursprung. Die Beweise für seine Verwendung in den apostolischen Vätern sind eindeutig und vor dem Ende des zweiten Jahrhunderts wird es als Paulus aufgeführt und zitiert. In jeder erhaltenen frühen Liste neutestamentlicher Bücher ist es unter seinen Briefen aufgeführt. Der äußere Echtheitsbeweis könnte tatsächlich kaum stärker sein. Und es wird durch die internen Beweise sprachlicher, stilistischer, literarischer, historischer und theologischer Art vollständig bestätigt. Der Brief wurde höchstwahrscheinlich geschrieben, während Paulus in Korinth war, wahrscheinlich während er sich im Haus des Gaius aufhielt, und von Terzius, seinem Amanuensis, transkribiert. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Korinth als am plausibelsten gilt. Paulus war gerade dabei, nach Jerusalem zu reisen, als er den Brief schrieb, was mit der Apostelgeschichte übereinstimmt, wo berichtet wird, dass Paulus drei Monate in Griechenland blieb. Dies deutet wahrscheinlich auf Korinth hin, da es der Ort war, an dem Paulus in Griechenland den größten Missionserfolg hatte. Darüber hinaus war Fuebe Diakonin der Kirche in Kenschreie, einem Hafenöstlich von Korinth, und hätte den Brief nach Rom überbringen können, nachdem sie Korinth durchquert und ein Schiff vom Westhafen Korinths genommen hatte. Erastus, der in Römer 16,23 erwähnt wird, lebte ebenfalls in Korinth und war zu verschiedenen Zeiten Stadtbeauftragter für öffentliche Arbeiten und Stadtschatzmeister, was wiederum darauf hinweist, dass der Brief in Korinth geschrieben wurde. Der genaue Zeitpunkt, zu dem es geschrieben wurde, wird im Brief nicht erwähnt, aber es wurde offensichtlich geschrieben, als die Sammlung für Jerusalem zusammengestellt worden war und Paulus im Begriff war, nach Jerusalem zu gehen, um den Heiligen zu dienen, also am Ende von seinem zweiten Besuch in Griechenland im Winter, vor seinem letzten Besuch in dieser Stadt. Die Mehrheit der Gelehrten, die sich mit dem Römerbrief befassen, geht davon aus, dass der Brief Ende 55, Anfang 56 oder Ende 56, Anfang 57 geschrieben wurde. Anfang 55 und Anfang 58 haben beide einige Belege, während der deutsche Neutestamentler Gerd Lüdemann für ein Datum bereits im Jahr 51 plädiert 57, im Anschluss an Knox, der 53-54 vorschlug. Lüdemann ist die einzige ernsthafte Herausforderung für den Konsens der Mitte bis Ende der 50er Jahre. Es gibt starke, wenn auch indirekte Beweise dafür, dass eine Rezension des Römerbriefs, der die Kapitel 15 und 16 fehlten, in der westlichen Hälfte des Römischen Reiches bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts weit verbreitet war. Diese Schlussfolgerung beruht zum Teil auf der Tatsache, dass verschiedene Kirchenväter wie etwa Origenes und Tertullian sich direkt oder indirekt auf eine Ausgabe des Römerbriefs mit 14 Kapiteln beziehen. Die Tatsache, dass die Doxologie des Paulus in unterschiedlichen Manuskripten des Römerbriefs an unterschiedlichen Stellen platziert ist, stärkt nur die Argumente für eine frühe Rezension mit 14 Kapiteln. Obwohl eine gewisse Unsicherheit besteht, kommt Harry Gamble zu dem Schluss, dass die kanonische Rezension mit 16 Kapiteln wahrscheinlich die frühere Version des Textes ist. Im Kodex Bernarianus fehlen die expliziten Hinweise auf die römische Kirche als Adressat des Briefes in Römer 1, 7 und 1 zu 15. Es gibt Hinweise aus patristischen Kommentaren, die darauf hinweisen, dass Bornarianus in dieser Hinsicht nicht einzigartig ist. Auch in vielen frühen, nicht mehr erhaltenen Manuskripten fehlte in Kapitel 1 ein expliziter römischer Adressat. Bemerkenswert ist, dass durch die Kombination dieser Textvariante mit dem Weglassen der Kapitel 15 und 16 kein eindeutiger Bezug zur römischen Kirche mehr gegeben ist gesamter Brief. Harry Gamble vermutet, dass ein Siebe, End 15 und die Kapitel 15 und 16 möglicherweise von einem Schreiber entfernt wurden, um den Brief für ein allgemeines Publikum besser geeignet zu machen. Es ist durchaus möglich, dass es zu einem frühen Zeitpunkt einen Römerbrief mit 15 Kapiteln gab, bei dem Kapitel 16 weggelassen wurde. Mehrere Gelehrte haben größtenteils auf der Grundlage interner Beweise argumentiert, dass Kapitel 16 einen separaten Brief des Paulus darstellt, möglicherweise an Ephesus gerichtet, das better dem Römerbrief beigefügt wurde. Für diese Schlussfolgerung gibt es verschiedene Argumente. Zunächst gibt es bei 15.33 einen abschließenden Friedenssegen, der sich wie die anderen paulinischen Segenssprüche liest, die ihre jeweiligen Briefe abschließen. Zweitens begrüßt Paulus in Kapitel 16 eine große Anzahl von Menschen und Familien, was darauf hindeutet, dass er sie bereits kannte, während der Stoff in den Kapiteln 1.15 davon ausgeht, dass Paulus nie jemanden aus der römischen Kirche getroffen hat. Die Tatsache, dass Papyrus 46 die Doxologie des Paulus am Ende von Kapitel 15 platziert, kann auch als Beweis für die Existenz einer 15 Kapitel umfassenden Rezension des Briefes interpretiert werden. Zehn Jahre lang war Paulus, bevor er den Brief schrieb, durch die Gebiete an der Ägäis gereist, um zu evangelisieren. In den römischen Provinzen Galazien, Mazedonien, Achaia und Asien waren Kirchen gegründet worden. Paulus hielt seine Aufgabe für erfüllt und wollte das Evangelium in Spanien predigen, wo er nicht auf das Fundament eines anderen Menschen bauen wollte. Dies ermöglichte ihm, unterwegs Rom zu besuchen, ein langjähriges Ziel von ihm. Der Brief an die Römer bereitet sie teilweise vor und nennt Gründe für seinen Besuch. Neben der geografischen Lage des Paulus sind auch seine religiösen Ansichten wichtig. Erstens war Paulus ein hellenistischer Jude mit pharisäischem Hintergrund, ein wesentlicher Bestandteil seiner Identität. Seine Sorge um sein Volk ist Teil des Dialogs und zieht sich durch den gesamten Brief. Zweitens ist die andere Seite des Dialogs die Bekehrung und Berufung des Paulus, Christus in den frühen 30er Jahren nachzufolgen. Der wahrscheinlichste antike Bericht über den Beginn des Christentums in Rom stammt von einem Schriftsteller aus dem 4. Jahrhundert namens Ambrosiaster. Es wird nachgewiesen, dass zur Zeit der Apostel Juden in Rom lebten und dass die Juden, die geglaubt hatten, von dort fortgingen den Römern die Tradition, dass sie sich zu Christus bekennen, aber das Gesetz halten sollten. Man sollte die Römer nicht verurteilen. Sondern ihren Glauben loben, denn ohne Zeichen oder Wunder zu sehen und ohne einen der Apostel zu sehen, nahmen sie dennoch den Glauben an Christus an, wenn auch nach einem jüdischen Ritus. Von Adam Clark Der Anlass zum Schreiben des Briefes Paulus hatte sich mit allen Lebensumständen der Christen in Rom vertraut gemacht und festgestellt, dass es sich teilweise um zum Christentum konvertierte Heiden und teilweise um Juden handelte, die trotz vieler verbleibender Vorurteile an Jesus als den wahren geglaubt hatten Messias und dass viele Streitigkeiten aus den Ansprüchen der Heiden auf gleiche Privilegien wie die Juden und aus der absoluten Weigerung der Juden entstanden, diese Ansprüche anzuerkennen. Es sei denn, die nichtjüdischen Konvertiten ließen sich beschneiden. Er schrieb diesen Brief, um diese Differenzen auszugleichen und beizulegen. Zu dieser Zeit stellten die Juden in Rom eine beträchtliche Zahl dar und ihre Synagogen, die von vielen Menschen besucht wurden, ermöglichten es den Heiden, die Geschichte von Jesus von Nazareth kennenzulernen. Infolgedessen wurden in Rom Kirchen gegründet, die sowohl aus Juden als auch aus Nichtjuden bestanden. Laut Irenaeus, einem Kirchenvater des 2. Jahrhunderts, wurde die Kirche in Rom direkt von den Aposteln Petrus und Paulus gegründet. Viele moderne Gelehrte sind jedoch anderer Meinung als Irenaeus und vertreten die Auffassung, dass zwar wenig über die Umstände der Gründung der Kirche bekannt ist, diese jedoch nicht von Paulus gegründet wurde. Viele der Brüder gingen Paulus auf seiner Reise nach Rom entgegen. Es gibt Hinweise darauf, dass sich damals Christen in großer Zahl in Rom aufhielten und wahrscheinlich mehr als einen Treffpunkt hatten. Eastons Bibelwörterbuch Die große Zahl der Namen derjenigen, die sich damals in Rom aufhielten, in Römer 16, 3.15 und in den Versen 5, 15 und 16, deuten darauf hin, dass es in Rom mehr als eine Kirchenversammlung oder Gruppe von Gläubigen gab. In Vers 5 wird eine Kirche erwähnt, die sich im Haus von Aquila und Priscilla traf. Die Verse 14 und 15 erwähnen jeweils Gruppierungen von Gläubigen und Heiligen. Aufgrund von Unruhen wurden Juden um 49. Christus durch das Edikt von Claudius aus Rom vertrieben. Fitzmaier behauptet, dass sowohl Juden als auch Judenchristen aufgrund ihrer internen Machtkämpfe vertrieben wurden. Claudius starb um das Jahr 54. Christus und sein Nachfolger Kaiser Nero erlaubte den Juden die Rückkehr nach Rom. Doch nach dem großen Brand von Rom im Jahr 64 wurden die Christen verfolgt. Fitzmaier argumentiert, dass mit der Rückkehr der Juden nach Rom im Jahr 54 ein neuer Konflikt zwischen den Heidenchristen und den zuvor vertriebenen Judenchristen entstanden sei. Er argumentiert auch, dass Paulus dies möglicherweise meint, wenn er in Römer 15 von den Starken und den Schwachen spricht. Diese Theorie wurde ursprünglich von W. Marxen in Einführung in das Neue Testament, eine Annäherung an seine Probleme dargelegt, wird aber von Fitzmaier kritisiert und modifiziert. Fitzmaiers Hauptargument ist, dass Paulus absichtlich vage zu sein scheint. Paul hätte konkreter sein können, wenn er dieses Problem konkret ansprechen wollte. Keck glaubt, dass Heidenchristen möglicherweise eine Abneigung gegen Juden entwickelt haben oder auf sie herabgesehen haben, weil sie theologisch begründet hatten, dass Juden nicht mehr Gottes Volk seien. Wissenschaftler haben oft Schwierigkeiten zu beurteilen, ob der Römerbrief ein Brief oder eine Epistel ist. Ein relevanter Unterschied in der formkritischen Analyse. Ein Brief ist etwas Nichtliterarisches, ein Kommunikationsmittel zwischen voneinander getrennten Personen. Da es vertraulicher und persönlicher Natur ist, ist es nur für die Person oder Personen bestimmt, an die es gerichtet ist, und keineswegs für die Öffentlichkeit oder irgendeine Art von Werbung. Eine Epistel ist eine künstlerische, literarische Form, genau wie der Dialog, der Rede oder Drama. Mit dem Brief hat es außer seiner Form nichts gemeinsam. Ansonsten könnte man das Paradoxon wagen, dass die Epistel das Gegenteil eines echten Briefes ist. Der Inhalt des Briefes ist für die Öffentlichkeit bestimmt, er zielt darauf ab, die Öffentlichkeit zu interessieren. Joseph Fitzmier argumentiert anhand der von Stierewald vorgelegten Beweise, dass der Stil des Römerbriefs ein Aufsatzbrief sei. Philipp Melanchthon, ein Schriftsteller während der Reformation, schlug vor, dass der Römerbrief Caput et summa universae doctrinae christianae sei. Während einige Gelehrte wie Melanchthon vermuten, dass es sich um eine Art theologische Abhandlung handelt, ignoriert diese Ansicht weitgehend die Kapitel 14 und 15 des Römerbriefs. Außerdem fehlen im Römerbrief viele bemerkenswerte Elemente, die in anderen Bereichen des paulinischen Korpus enthalten sind. Der Zerfall des Römerbriefs als Abhandlung begann mit F.C. Bauer im Jahr 1836, als er vorschlug, dieser Brief müsse entsprechend den historischen Umständen interpretiert werden, unter denen Paulus ihn schrieb. Paulus verwendet manchmal einen zu seiner Zeit üblichen Schreibstil, der als Diatriebe bezeichnet wird. Er scheint einem Kritiker zu antworten und der Brief ist in eine Reihe von Argumenten gegliedert. Im Verlauf des Briefes ändert Paulus seine Argumente und wendet sich manchmal an die jüdischen Mitglieder der Kirche, manchmal an die nichtjüdischen Mitglieder und manchmal an die Kirche als Ganzes. Einen Überblick über die aktuellen wissenschaftlichen Standpunkte zum Zweck des Römerbriefs sowie eine Bibliografie finden Sie im Wörterbuch des Paulus und seiner Briefe. Eine Sicht des Lollard-Reformers aus dem 16. Jahrhundert finden Sie im Werk von William Tyndale. In seinem Prolog zu seiner Übersetzung des Römerbriefs, der größtenteils dem Prolog des deutschen Reformators Martin Luther entnommen ist, schreibt Tyndale, dieser Brief ist der wichtigste und hervorragendste Teil des Neuen Testaments und die reinste Evangelion, das heißt die frohe Botschaft und das, was wir das Evangelium nennen und auch ein Licht und ein Weg in die gesamte Schrift. Die Summe und der ganze Grund für die Niederschriften dieses Briefes besteht darin zu beweisen, dass der Mensch nur durch den Glauben gerechtfertigt ist. Wer diesen Satz leugnet, für den gilt nicht nur dieser Brief und alles, was Paulus schreibt, sondern auch die gesamte Heilige Schrift, die so verschlossen ist, er wird es nie verstehen, um seiner Seele zu helfen. Und um einem Menschen das Verständnis und das Gefühl zu vermitteln, dass der Glaube nur rechtfertigt, beweist Paulus, dass die gesamte Natur des Menschen so vergiftet und so verdorben ist. Ja und so tot, in Bezug auf gottgefälliges Leben oder gottgefälliges Denken, dass es ihm unmöglich ist, das zu bewahren Gesetz vor Gott. Begrüßung 117 Die Einleitung enthält einige allgemeine Anmerkungen zu Paulus. Hier stellt er sein Apostelamt vor und gibt einleitende Anmerkungen zum Evangelium, dass er der Kirche in Rom predigen möchte. Die menschliche Linie Jesu geht auf David zurück. Paulus beschränkt seinen Dienst jedoch nicht auf Juden. Das Ziel des Paulus ist es, dass auch die Heiden das Evangelium hören. Dankgebet 1,815 Er lobt die Römer für ihren Glauben. Paulus spricht auch von den Hindernissen der Vergangenheit, die ihn daran gehindert haben, früher nach Rom zu kommen. Gerechtigkeit Gottes 1,16-17 Paulus verkündet, dass er sich seines Evangeliums nicht schämt, weil es Macht besitzt. Diese beiden Verse bilden den thematischen Hintergrund für den Rest des Buches. Erstens, dass Paulus sich seiner Liebe für dieses Evangelium, das er über Jesus Christus predigt, nicht schämt. Er stellt auch fest, dass er mit dem Juden zuerst spricht. Das ist zwar bedeutsam, aber vieles davon ist wissenschaftliche Vermutung, da die Beziehung zwischen Paulus und dem Judentum immer noch umstritten ist und es Wissenschaftlern schwerfällt, eine Antwort auf eine solche Frage zu finden, ohne mehr über das betreffende Publikum zu wissen. Wayne Brindle argumentiert, basierend auf den früheren Schriften des Paulus gegen die Judaisten, im Galaterbrief und im 2. Korintherbrief, dass sich wahrscheinlich Gerüchte verbreitet hatten, dass Paulus die jüdische Existenz in einer christlichen Welt völlig negierte. Paulus hat möglicherweise den Juden zuerst Ansatz verwendet, um einer solchen Ansicht entgegenzuwirken. Paulus' Warnung vor Heuchlern, 2.1.4 In Anlehnung an die traditionelle protestantische Interpretation ruft Paulus hier Juden auf, die andere dafür verurteilen, dass sie sich nicht an das Gesetz halten, während sie selbst sich ebenfalls nicht an das Gesetz halten. Stanley Stowers hat jedoch aus rhetorischen Gründen argumentiert, dass Paulus in diesen Versen überhaupt keinen Juden anspricht, sondern vielmehr eine leicht erkennbare Karikatur der typischen prahlerischen Person. Stowers schreibt, es gibt absolut keine Rechtfertigung dafür, 2,15 als Angriff des Paulus auf die Heuchelei der Juden zu lesen. Niemand im ersten Jahrhundert hätte Hoala Sohn mit dem Judentum identifiziert. Diese populäre Interpretation beruht auf der anachronistischen Interpretation späterer christlicher Charakterisierungen von Juden als heuchlerische Pharisäer. Begründung Das Geschenk der Gnade und Vergebung durch Glauben, 3.21.5.11 Paulus sagt, dass sich unabhängig vom Gesetz eine Gerechtigkeit von Gott kundgetan hat, die das Gesetz und die Propheten bezeugen und dass diese Gerechtigkeit von Gott durch den Glauben an Jesus allen Gläubigen zuteil wird. Er beschreibt die Rechtfertigung, die rechtliche Freisprechung des Gläubigen von der Schuld und der Strafe der Sünde, als eine Gabe Gottes und nicht als Werk eines Menschen, sondern durch den Glauben. Heilsgewissheit 5.11 In den Kapiteln 5 bis 8 argumentiert Paulus, dieses Versprechen steht jedem offen, denn jeder hat gesündigt, außer dem, der für sie alle bezahlt hat. In Römer 7,1 sagt Paulus, dass der Mensch während seines Lebens unter dem Gesetz steht. Wisst ihr nicht, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Einer antinomistischen Interpretation zufolge macht der Tod Jesu am Kreuz die Gläubigen jedoch für das Gesetz gestorben. Transformation der Gläubigen 12.15 Uhr 13 Von Kapitel 12 bis zum ersten Teil von Kapitel 15 beschreibt Paulus, wie das Evangelium Gläubige verändert und welches Verhalten sich aus einer solchen Transformation ergibt. Diese Transformation wird als Erneuerung ihres Geistes beschrieben. Eine Transformation, die Douglas J. Mu als den Kern der Sache bezeichnet. Es ist eine Transformation, die so radikal ist, dass sie einer Verklärung ihres Gehirns, einer Metanoia, einer mentalen Revolution gleichkommt. Paulus beschreibt weiter, wie Gläubige leben sollten. Christen stehen nicht mehr unter dem Gesetz, also nicht mehr an das Gesetz des Mose gebunden, sondern unter der Gnade Gottes. Christen müssen nicht unter dem Gesetz leben, denn in dem Maße, in dem ihr Geist erneuert wurde, werden sie fast instinctive wissen, was Gott von ihnen will. Das Gesetz bietet dann einen objektiven Maß ab für die Beurteilung des Fortskrits im lebenslangen Prozess der geistigen Erneuerung. In dem Maße, in dem sie durch einen erneuerten Geist von der Sünde befreit wurden, sind Gläubige nicht länger an die Sünde gebunden. Den Gläubigen steht es frei, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben und jeden zu lieben. Wie Paulus in Römer 13,10 sagt, die Liebe tut seinem Nächsten nichts Böses, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Katholische Interpretation Katholiken akzeptieren die Notwendigkeit des Glaubens für die Erlösung, verweisen aber auch auf die Notwendigkeit, ein tugendhaftes Leben zu führen, auf Römer 2,5,11. Aber durch dein hartes und unbußfertiges Herz sammelst du dir selbst Zorn für den Tag des Zorns, wenn Gott kommt. Das gerechte Urteil wird offenbart, denn er wird jedem nach seinen Werken vergelten. Denen, die durch Geduld und Wohltun nach Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit streben, wird er ewiges Leben geben. Aber für diejenigen, die parteiisch sind und der Wahrheit nicht gehorchen, sondern der Bosheit gehorchen, wird es Zorn und Zorn geben. Für jeden Menschen, der Böses tut, wird es Drangsal und Bedrängnis geben. Zuerst den Juden und auch den Griechen, aber Ruhm und Ehre und Frieden für jeden, der Gutes tut, zuerst den Juden und auch den Griechen. Denn Gott zeigt keine Parteilichkeit. Katholiken würden auch auf die Passage in Römer 8,13 als Beweis dafür achten, dass die Rechtfertigung durch Glauben nur gültig ist, solange sie mit der gehorsamen Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist verbunden ist, und auf die Passage in Römer 11,22, um zu zeigen, dass der Christ verlieren kann ihre Rechtfertigung, wenn sie sich von der Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist abwenden und Christus durch Todsünde ablehnen. In der protestantischen Interpretation beschreiben die neutestamentlichen Briefe die Erlösung als aus Glauben und nicht aus rechtschaffenem Handeln, z.B. Römer 4,2,5, 2. Denn wenn Abraham durch Werke gerechtfertigt wäre, hätte er davon etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott. 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. 4. Wer aber arbeitet, dem wird der Lohn nicht aus Gnade, sondern aus Schulden berechnet. 5. Wer aber nicht arbeitet, sondern an den glaubt, der die Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet. In der protestantischen Interpretation wird es als bezeichnend angesehen, dass Paulus in Römer 2,9 sagt, dass Gott diejenigen belohnen wird, die das Gesetz befolgen, und dann weiter sagt, dass niemand das Gesetz perfekt befolgt. Römer 2,1,22,29,21 Du aber, der du einen anderen lehrst, lehrst du dich nicht selbst, Wer predigt, soll nicht stehlen. Stehst du? 22. Wenn du sagst, dass ein Mann keinen Ehebruch begehen soll, begehst du dann Ehebruch? Du, der du Götzen verabscheust, begehst du ein Sakrileg? 23. Du, der du dich des Gesetzes rühmst und das Gesetz übertrittst, entehrst du Gott? 24. Denn durch euch wird der Name Gottes unter den Heiden gelästert, wie geschrieben steht. 25. Denn die Beschneidung nützt wahrlich, 26. Wenn du das Gesetz befolgst, wenn du aber ein Übertreter des Gesetzes bist, wird deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit. 26. Wenn nun der Unbeschnittene die Gerechtigkeit des Gesetzes befolgt, wird seine Unbeschnittenheit dann nicht als Beschneidung angerechnet? 27. Und soll dich nicht die Unbeschnittenheit, die von Natur aus ist, richten, wenn sie das Gesetz erfüllt, wer durch den Buchstaben und die Beschneidung das Gesetz übertritt? 28. Denn er ist kein Jude, was äußerlich einer ist, auch nicht die Beschneidung, die äußerlich im Fleisch ist. 29. Sondern er ist ein Jude, der innerlich einer ist, und die Beschneidung ist eine des Herzens, im Geiste und nicht im Buchstaben, dessen Lob nicht den Menschen, sondern Gott gilt. 29. Der Römerbrief stand an der Spitze mehrerer großer Bewegungen im Protestantismus. Martin Luthers Vorlesungen über den Römerbrief in den Jahren 1515, 15 und 16 fielen wahrscheinlich mit der Entwicklung seiner Kritik am römischen Katholizismus zusammen, die zu den 95 Thesen von 1517 führte. Im Vorwort zu seiner deutschen Übersetzung des Römerbriefs beschrieb Luther den Brief des Paulus an die Römer als den am meisten wichtiges Stück im Neuen Testament. Es ist das reinste Evangelium. Es lohnt sich für einen Christen, es nicht nur Wort für Wort auswendig zu lernen, sondern sich auch täglich damit zu beschäftigen, als wäre es das tägliche Brot der Seele. Als John Wesley 1738 Luthers Vorwort zum Römerbrief in der St. Botolph Church in der Aldersgate Street in London las, spürte er bekanntermaßen, wie sein Herz seltsam erwärmt wurde, eine Bekehrungserfahrung, die oft als Beginn des Methodismus angesehen wird. Luther fügte kontrovers das Wort allein zu Römer 3, 28 hinzu, sodass es lautete, Wir sind also der Meinung, dass der Mensch gerechtfertigt ist, ohne die Werke des Gesetzes zu tun, allein durch den Glauben. Das Wort allein kommt im griechischen Originaltext nicht vor. Aber Luther verteidigte seine Übersetzung mit der Behauptung, dass das Adverb allein sowohl im idiomatischen Deutschen als auch in der beabsichtigten Bedeutung des Paulus erforderlich sei. Dies ist eher eine wörtliche Sichtweise als eine wörtliche Sicht auf die Bibel. Der Römerweg bezieht sich auf eine Reihe von Schriften aus dem Römerbrief, die christliche Evangelisten verwenden, um jedem Menschen klare und einfache Argumente für die persönliche Erlösung zu vermitteln, da alle Verse in einem einzigen Buch enthalten sind, was die Evangelisation ohne Hin- und Hergehen erleichtert durch das gesamte Neue Testament.